Ach, das ist aber schlecht. Ja, das ist schlecht. Das ist durchaus sehr schlecht sogar. Da solltest du mal gucken, was du dran machen kannst. Das hättet ihr natürlich auch einfach in den Twitch-Chat schreiben können. Ja, okay, dann werde ich jetzt mal eben kurz... Ich hätte eine Fahrradkette, aber... Ja, ja, ich werde das mal eben kurz ändern. Also vorhin hat er einen Mauszeiger gesehen, hat er mir gerade beschrieben. Cool. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Das ist schon mal was, ja. So, ich werde mal kurz gucken, ob das hier das Ganze ändert. So. Und wenn ich jetzt das hier drücke... Achso, habe ich ja nicht verfügbar, alles klar. So lange schon kein Demoman mehr gespielt. Die Fresse. So, äh, ja. Ja, falls dieser Twitch-Zuschauer gerade auf Twitch zuschaut... Tut er. Ich denke mal, das tut er. Kann er ja mal netterweise kurz mitteilen. Ja, ich sehe es gerade schon selber auf Twitch. Das Video funktioniert jetzt aktuell. Das ist schön. Das ist doch nett. Äh, ja. Also ihr könnt jetzt alles sehen, auch im Twitch-Livestream. Äh, 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 äh. Ach, komm. Scheiße. Der Lüppel da um der Ecke. Komm, ich spiele bei der Sniper. Sniper kann ich. Naja. Aber, naja. Juhu. Ah, jetzt bin ich tot. Ich wollte den überhaupt ganz gut abgeräumt haben. Auch wenn du den Server dazu zack in die Fresse, chill. Ja, irgendwie hab ich dir irgendeine Scheiße gemacht, dass das jetzt nicht geht. Weil ich kann dir nicht genauso. Das kann man irgendwie in der Server-Konfig-Datei ändern. Dann gleich beim, äh, beim Kartenwechsel machst du das einfach. Das geht auch nicht. Ja, dann ist der Server halt mal kurz dauernd, aber dann, äh, ist er wieder da. Und dann, äh, äh, mach ich einfach mal. Genau. Der ist vorhin nicht okay. Ah, zu viele Gegner. Der Honigurdi! Nimm dir jetzt am Spielteil. Der Zuschauer gewesen. Oder ist. Keine Ahnung. Ja, der ist auf Twitch jetzt wahrscheinlich nicht mehr da, ne? Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Hm. Ach, dieser Wichs-Ball! Dammit. Okay, er ist tot. Ach, ja. Aber das solltest du gleich auch bestellen. Ja, ich versuch's. Ja, das ist gut. Äh. Ich brauch unbedingt das Rücken-Schild. Mein Gott. Warum? Das ist nämlich heavy. Ja, weil ich dadurch mehr Leben hab. Ja. Ich versuch's. Lightning-Stream, du Huren-Sohn. War der das überhaupt? Keine Ahnung. Ja, er war ein Assist. Dort, 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 dort. Ah, der Spy. Mein Gott. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich nehme jetzt Pyro. Das war ein Spy. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Von hinten. Geh mal hin. Boah, ich bin noch vor's Killerkiller. Das ist ja mal. Ei, ei, ei. Ich bin tot. Dass ich das noch erleben darf. Ja. Du bist ein Spy, du bist ein Spy, du bist ein Spy. Du bist ein Spy. Haltet den Spy auf. Hm. Danke. Geh mal hier rum. Boah. Boah, wir sind schlechter als die Bots. Das ist doch peinlich. Wir sind dreißig Sekunden. Na ja. Ja. Irgendwie schon, ne? Ja, schon so ein bisschen, ne? So. Ich räume auf, Medic. Oh, ich fliege mal Medic in die Luft. Das ist blöd, ne? Ja. Wow. Alter. Damit hab ich jetzt grad nicht gerechnet. Ja, das Killerkiller, der räumt ab. Ihr habt versagt. Hm. Victory, jawoll. Oh, oh wunder, ich hab meine Sachen nicht. Mission startet in 60 Sekunden. Vielleicht wenn du eine Karte wechselst, vielleicht kommen sie dann nochmal wieder. Ja, das kann sein. Siehst du alle Fragen danach, solltest du ändern. Der Hurdi-Gurdi ist wieder da. Ach, wir sind in Team Rot, da spiele ich mal kurz Angie. Ich seh auch grad, wir haben einen zweiten Zuschauer auf Twitch TV. Ähm. Juden Tag erstmal und ja. Juden Tag. Ach. Na, guten Abend, er. Mission startet in 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. 2, 1. 1. 1. 1. 1. 2, 2, 1. Yep, ganz einer Meinung. Ja, wie immer, ne? Ja. Der Typ verbrennt aber noch, wenn er jetzt nicht aufpasst. Alter. Ach ja, ich hab die drei Besten im Team. Die Breidesten? Die Breidesten, ja. Wow, da steht Sandry. Ich könnte Medic spielen. Nein, könnte ich nicht. Ich könnte Soldier spielen. Ja, das... Ich bin aktuell Engineer. Das freut mich. Ey, ich treff nicht. So der Scheiß. Ey. Gut, der Melik überlebt mich. Aber das hätte so ein schöner Earshot werden können. Aber nein. Nein, der Skilly hat mich geholt. Das ist gut so. Nein. Doch. Nein. 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 Meine schulde Sentry. Ach ja. Da spiel ich halt nicht Angie. Das Schicksal will es so. Dass du nicht Angie spielst. Ich muss... Komm. Ja. Ja, in Livestreams... Ich werde jetzt einfach nochmal kurz die Music anmachen. Die Music? Ja, das werde ich. Der Lümmel da oben. Ja. Ja, ja. Vor allem jetzt erkennt man gar nicht gegen wen man kämpft, weil alle gleich aussehen. Ne. Das ist scheiße. Ja. Ja. Ich spiele auf jeden Fall aktuell jetzt mal Demoman. Das mache ich ja sonst eigentlich praktisch nie. Weil ich als Demoman ziemlich scheiße bin eigentlich. Willkommen, Club. Freut mich, dass wir... Da beide Scheiße drin sind. Ja, das hätte ein Headshot sein müssen. Ich freue mich auf jeden Fall schon auch auf Aachen. Ich freue mich auf meinen Medipack, weil ich noch einen AP habe. So. Ich freue mich aufs Osterfeuer. Oh yeah. Scheiße. Ja. Wie hat der mich gesehen? Und wie hat der mich getroffen? Und wie hat der mich getroffen? Und wieso ist der jetzt Engineer? Hm. Hm. Du brauchst die IT-Tip-Server wieder. Ja. Das solltest du gleich noch einstellen. Da kann der Server auch mal kurz down sein. Ich hoffe nur, dass es dadurch gelöst wird. Ja. Ja. Wieso? Ja. 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 Du bist ein Spy. Bist du Spy jetzt? Aha. Gut zu noch. Ah. Fuck. Los, los, los hat mich gekillt. Ja. Ja. Okay, nach der Runde guckst du mal, wie man das Problem lösen könnte. Hä? Ja, das werde ich. Ja, das werde ich. Das werde ich tun. Ich hasse diesen Abschnitt von Hudo, wenn man Team Rot ist, ne? Weil die Blauen einfach so eine Übermacht auf dem Abschnitt. Na, geht, ne? Haben sie. Ja. Das stimmt eigentlich. Die haben einfach zu viele Laufwege. Ich bin jetzt übrigens für ein paar Wochen weg, ne? Für einen Fall. Das weiß ich. Ja, aber die Zuschauer nicht. Ja, ist doch egal. Wieso? Dann kommen währenddessen weniger Videos. Nee, dann muss ich jetzt alles hochladen. Ja, mach ich ja auch. Versuche jetzt schon einiges vor hochzuladen. Das ist gut. Ja. Ja. Wieso werde ich immer als Scharfschütze... Oh, verkleidet. Ähm. Wohl doch, gehe ich mal hier hin. Die Bots sind zu schlau eingestellt. Ist ja eigentlich klar. Wie findest du, die Bots sind schlau? Ja. Ich gehe da nur her. Kein Anzeichen der Rieb 2 sein könnte. Ach so. Oh, doch. Ist schon okay. Ich gucke. Okay. Ich nehme alles zurück. Das ist natürlich blöd für dich, wenn die Bots schlauer sind als du, ne? Aber das kennst du ja schon. Ja. Ja. Ach komm. Oh, jetzt wird mein Gerät sich wieder ausschalten, was soll der Scheiß hier? Der Gerät schaltet sich aus. Ich habe das manchmal, dass während ich spiele, der Monitor sich ausschaltet. Ja, ich so. Ich auch oft. Dann muss ich erst wieder an meine Fernbedienung gehen und das wieder einstellen. Benutzt du deinen Fernseher als Monitor? Ja. Hä? Weil daran kann ich ein HDMI-Kabel schließen. Und dein Monitor nicht? Nee. Nimm doch einfach DisplayPort, das sieht sowieso besser aus als das HDMI. Das könnte ich aber auch an meinen Bildschirm nicht anschließen. Wieso das? Weil das noch so ein altes Ding war. Na ja, DisplayPort unterstützt auf jeden Fall höhere Übertragungsraten als HDMI. Sprich, mit DisplayPort kannst du zum Beispiel auch ein 4K oder ein 8K-Monitor anschließen. Das über HDMI nicht ohne weiteres möglich wäre. Wie sieht der Stecker davon nochmal aus? Äh. Kleiner als HDMI und nicht so flach. Also ungefähr wie so ein USB. Ja, irgendwie so. Die sind ja auch ein bisschen dicker und kleiner und irgendwie so weit. Die haben übrigens aktuell einen Zuschauer. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da.